Herzlich Willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano und dem Sweeney Man und heute ist uns was explizit Nices reingeflattert nämlich ein neues Video von Dimash Kudai Bergen und der Titel lautet TOGETHER ja schon mal erster Eindruck er nimmt uns hier mit auf einem anderen Planeten macht er das nicht eigentlich jedes mal wenn er singt oder was mal ausbringt er nimmt ihn eh immer mit another dimension ich bin sehr sehr gespannt und ja schön er kommt sozusagen auf einem anderen Planeten an und sieht erst mal eine Pflanze im Endeffekt Leben ist möglich klar auch heutzutage groß großes Thema wer sich für Raumfahrt interessiert Grüße gehen raus an alle abgespaceden da draußen und auch die neuen Erkenntnisse die wir haben astronomisch physikalisch etc da geht so einiges gerade und ja er bearbeitet das Thema ich gehe mal davon aus dass das da hier bestimmt auch schauspielerisch ganz ganz toll performt wird wieder und ja bestimmt auch selber mit Regie geführt hat vielleicht sogar das ganze Ding komplett selber gemacht hat ihr Dears wisst darüber wieder besser Bescheid als wir wenn ihr was darüber Bescheid wisst bitte unten in die Kommentare schreiben Spannung wird aufgebaut ja er weiß genau wie man es macht ja schön der Sound ganz ganz hochwertig schon jetzt bei den paar Tönen die wir haben ne man hört die Schritte und so also sehr sehr gut ein neues Sound Design so und jetzt untersucht er die Pflanze let's check ja klar Probe nehmen ja nice Oxygenium also kann Sauerstoff produzieren positiv sehr schön ja cool auch die Kostüme gut gemacht finde ich ja richtig nice sie haben es gefunden ja Mission Complete sozusagen schönes Ding auf jeden Fall ist da auch gleich im Weltall eine Kaffeemaschine am Start ne vielleicht sind sie schon wieder zurück vielleicht haben sie da auch schon eine Base keine Ahnung ne alle reden ja auch darüber am Astbesiedlung und 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 was da nicht für Themen abgehen wo ich mir persönlich denke vielleicht sollten wir erstmal eine Base auf dem Mond haben aber egal ich bin jetzt auch kein Raumfahrer aber erstmal Kaffee schön by the way Kaffee erstmal Kaffee ganz genau ne ihr wisst Bescheid ich trinke gerade Wasser aber wenn ihr uns unterstützen wollt ne unten sender zu Kaffee nehmt gerne an die Link ist in der Beschreibung und alles geht natürlich auch in unsere Sendung damit wir euch schöne neue Formate und nice Folgen präsentieren können aber zurück zu Dimash auch schöne Kulisse ok und hier noch mit einem guten Kollegen zusammen da sehen sich auch beide sehr ähnlich Klon mäßig ich finde es gerade interessant dass er sozusagen mit den Handschuhen halt eben das Keyboard spielt ich meine das sind jetzt keine dünnen Fingerhandschuhe wie wir es schon mal hatten wie bei Chidi Gonzales wenn er da so ein bisschen auch Show macht und so ne aber auch Folgen abchecken und ähm hier auf dem Planeten ja ja so mit den dicken Handschuhen aber finde ich cool so die Kulisse spielen ohne Helm auch schwierig aber ja naja du wir drehen jetzt ja jetzt keinen Raumfahrer Film es ist halt eben Kulisse Style und so und sie wollen ja was mit ausdrücken klar muss der Gesang ohne Helm sein sicher doch hallo oh Leute was ich so mit dem Ende mal denke hallo 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 wir kennen es aus anderen großen Sachen viele viele Live Dinger haben wir auch ein paar schöne Reactions auf unseren von meinen Kanälen auschecken gerade wenn ihr Dimash Fans seid SOS zum Beispiel genau und auch weil ich über das erste Video fällt mir der Name gerade nicht ein ne auch ein super Video gewesen wäre das Stranger wahrscheinlich auch noch mal machen genau Stranger denke ich würde auch noch auf den Schirm kommen hier zu euch mit einer schönen Reaction ja er startet langsam so wie wir es kennen nur geliehen und baut ja auch was auf auch mit Message ich frage mich ob er wieder ein Stück von jemand anderem interpretiert und singt ob das ein bekanntes Stück ist ne bitte wieder reinschreiben wenn ihr was darüber Bescheid wisst und okay jetzt lasst uns erstmal kurz Pause die Szene wo er gerade abhebt auch weil das Bild zu schief kommt ich könnte mir vorstellen ne weil das sieht schon ziemlich cool das machen wir noch kurz noch ein kleines Stück zurück wie er so abhebt ähm ich könnte mir vorstellen dass wir die Szene in einem Flugzeug gedreht haben das kann man sich mieten ich würde das so gerne mal machen also ne einfach dieses so genau ein Sturzflug und dann wird so eine Schwerelosigkeit erzeugt halt weil das Flugzeug halt schneller nach unten stürzt als sozusagen die normale Fallgeschwindigkeit wäre und dadurch hebst du sozusagen ab ich könnte mir vorstellen dass er das gemacht hat also die Kapazitäten hat er bestimmt ne wäre natürlich cool würde mich interessieren das ist echt gut gemacht das kann natürlich jetzt auch so Gurte oder Schnüre gewesen sein aber schön auch mit der Tasse ne wie sie nicht auf dem Boden ankommt ja geht sozusagen in die Schwerelosigkeit mhm so alles wird Schwerelos Switch und runtergefahren und die Stimme geht hoch ja auch eine ganz tolle Kontroverse ne ja hier muss man schon wieder auf mehr achten als einfach nur die Stimme ja ne einfach weil weiß ich weiß ich Dimash da garantiert auch bei jedem Bild was bei gedacht hat jemand jemand der so ne hohe Auffassung und tolle Auffassung von Kunst hat wie er da geh ich jetzt einfach wirklich mal davon aus schön auch die Bilder haben schön den Mittelpunkt gehalten alles andere dreht sich rum auch hier schön wie er da hoch geht und dann so gehaucht ne ja auf jeden Fall ist jetzt der Zeitpunkt und together now now jetzt starten sie rein sozusagen das scheint ja gerade so der Start von der Rakete zu sein ne aber nochmal kurz was anderes weil du siehst Dimash sozusagen mit den Sticks ja ne der andere Kollege ist jetzt an der E-Gitarre sozusagen spielt die Melo hat vielleicht auch mitgesungen ich weiß jetzt nicht genau wie viel wie viel von den Elementen er mit eingebracht hat aber ich denke ob die beide zu genau dass sie den vielleicht auch zusammengeschrieben haben den Song oder das Video zusammen gemacht also da merkt man auch die beiden auf jeden Fall eine Verbindung also wer bei Dimash im Video auftauchen darf der wird schon ne denke ich mal auch von ihm seinen Respekt bekommen und sagen ey du hast was auf dem Kasten komm wir machen was zusammen und dann darf er jetzt auch nicht vergessen wie anspruchsvoll er auf jeden Fall auch ist bei all seinen Sachen aber ich finde es ja gerade sozusagen spannend dass es so ein bisschen Klon mäßig aussieht ja so ganz leicht ne cool dass der andere Typ auch ähnlich aussieht wie Dimash ich wollte mal ganz kurz sagen dass ich mir vorstelle weil ich ihn auch schon kleine Videos gesehen habe wie er an den Drums sitzt ich weiß nicht da war er in Amerika glaube ich irgendwo und wo er dann selber auch gedrumpt hat also Dimash ist ja sehr musikalisch er beherrscht ja etliche Instrumente und Sprachen auch links wie rechts wie man so schön sagt kann er ne so absolut nice und ja das ist vielleicht so eine Andeutung ist dass er selbst die Drums eingespielt hat ok ne weil er halt so dann die Sticks in dem Moment halt so hält könnte ich mir vorstellen wenn ihr was darüber wisst bitte reinschreiben ok ja da jetzt die Klon Theorie finde ich ganz gut gerade ne so dieses auch so wie er guckt so ein bisschen böse ne als das runtergenommen er hat ja eine ganz ganz tolle Mimik auch da jeder jeder Gesichtszug erzählt ja er hat schon eine Geschichte gerade wenn er ein Video dreht ne das hatten wir bei dem anderen Video auch einfach unglaublich ähm ich denke mal wäre er nicht der Klon wäre er Schauspieler ok jetzt kommt noch eine persönliche Story also die Rückblende ne also sein Freund sitzt auch bei ihm auf der Couch während die Frau kommt mit dem Geburtstagskuchen und ja so vielleicht auch dieses so das das Gesicht hat sich verändert die beiden sind jetzt da eine Extremsituation ne alleine auf einem anderen Planeten sozusagen sie müssen sich aufeinander verlassen aber es wird wenn es schwieriger wird werden Stimmungen noch angespannter ne selbst wenn sie gute Freunde sind ich glaube es geht gerade so ein bisschen in die Richtung so videomäßig zumindest äh und jetzt sozusagen ne auch dieser böse Blick von Dimash so dieses das zweite Gesicht ne so zack hinter der Maske hinter dem Vorhang ne sozusagen ok schön schön gemacht so für Theaterrhetorik würde ich jetzt sagen ne so schön bildlich dargestellt auch in dem Video sehr sehr schön ne also auch nicht mit dieses Überzeugen unbedingt mit Special Effects sondern mit ne Geschichte erzählen mit schauspielerische Darstellung und auch wirklich ne diese Leistung auch die dahinter steht vieles kombiniert ich bin mal gespannt ob ich recht habe es sind ja auch Special Effects ja jetzt über CGI natürlich am Anfang mit dem Space und so aber es ist jetzt halt nicht dass sie ständig was ins Gesicht kommt und zack und wumm und da sondern ne wir haben hier ganz klare Szenen wir haben hier die Szenen selber erzählen nochmal eine ganz klare Geschichte jetzt bin ich gespannt ob ich recht habe mach nochmal ein Stück zurück vielleicht würde ich mir das gerne nochmal genau anschauen mit dem wo wo er das also auch dieses rote G schöner Kontrast auch hier auf jeden Fall das ist ja an eine Dunkelkammer angelehnt wo man Fotos entwickelt ich interpretiere das gerade ein bisschen wie so die Erinnerung die alle in der in der Dunkelkammer ne ne so wenn man für sich auch ist und so man sagt ja auch abends soll soll man rotes Licht machen manche Menschen machen eine Rotlicht-Therapie und so sage ich jetzt auch nicht weiter zu ich weiß nicht ob es hilft oder nicht immer immer schön wenn solche Sachen helfen aber so ein bisschen dieses Unterbewusstsein ich glaube das ist so er geht in diesen Raum rein ne das ist ja klar im Fotostudio auch natürlich so aber diese das ist eine Dunkelkammer genau diese Dunkelkammer und diese Fotos sind alles Erinnerung jedes Foto ist immer eine Erinnerung klar ist ja klar so und er geht sozusagen in seine Erinnerung rein und sucht sich jetzt eine direkte aus deswegen auch der Switch auf den Kuchen genau und jetzt mal schauen was die Erinnerung sagt so ob ich da jetzt richtig liebe Schöne Steigerung ne auch so die Erinnerung er erinnert sich dran so und das gute Gefühl von damals kommt wieder Der andere Kollege, kurz mal auf Musikalische eingehen, wir singen auch an der Gitarre, wir singen am Keyboard gerade oder E-Piano, also auch sehr musikalisch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden den Song zusammen gemacht haben, beide sehr musikalisch und klar, wir werden sich auch wahrscheinlich freundschaftlich sehr gut verstehen, sonst hätten sie jetzt auch das Video nicht gemacht und den Song so, eine schöne Zusammenarbeit. Okay, jetzt sind sie erstmal in der virtuellen Realität. Ja, vielleicht so als Trainingsprogramm für den Einsatz und etc. und so, und halt eben alles klar, die gute Stimmung. Bei jetzt momentan sind sie ja videomäßig auf dem Planeten, haben die Probe genommen und anscheinend passiert irgendwie gerade ein bisschen was. Du meinst, das ist ein Rückblick? Ja, genau, das ist ja immer noch ein Rückblick, würde ich sagen, oder? Oder meinst du, das ist jetzt schon jetzt? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, das Interieur ist auf jeden Fall auch richtig geil gemacht, so immer die Lichtsetzung von den ganzen Punkten. Ja, extrem gut, also ganz, ganz hohe Qualität, videomäßig genauso wie musikalisch. Auch ein schöner Song, ich finde auch den Push gerade sehr schön. Da haben wir die Steigerung, was wir am Anfang meinten. Klar, der Song steigert sich, ist natürlich auch eine schöne klassische Rhetorik. Aber finde ich auch gut, kommt auch gut an, ist gut transportiert, das Gefühl, im Gesamtbild sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob noch seine Opern-Einlage kommt. Oh, aber davon was eingebaut hat, ich hoffe es. Das ist ja ziemliche Pop-Produktion. Leute, wenn ihr wissen wollt, ob er das gebracht hat und das Video auch noch nicht kanntet, weil ihr euch mit uns zusammen vielleicht, ich denke wahrscheinlich eher weniger, ihr kennt das Video wahrscheinlich alle schon, mit uns es euch anschaut. Denn natürlich seid mit uns weiter gespannt, ob er jetzt sozusagen nochmal voll ausfährt. Ich hoffe es. Auf jeden Fall werden ja sozusagen die Szenarien auch immer sehr schön gewechselt. Also diese orange-rote Optik setzt sich ja ganz klar von der Stern-Atmosphäre gestalterisch ab. Ja. Und das ist auch jetzt hier gerade richtig nice Bild. Einfach toll, die Perspektive. Fluchtpunkt, genau. Auch durch die Linie. Dennoch auch diese gedrehte Kamera so. Schön hervorgehoben. Ein einfach schön, auch aus weniger macht mehr wieder. Und alles zusammen ergibt halt eben ein völlig eigenes Ergebnis. Ein sehr klares, reduziertes Bild an sich. Ja, das ist sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Da den Übergang. Ich finde ja auf jeden Fall auch das Equipment, das musikalische Equipment war so ein bisschen auf spacig gemacht. Das finde ich auf jeden Fall cool. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Das sieht nicht billig aus. Es gibt manche Serien, wenn ich denke, okay, das sieht so billig aus. Aber das hat Format. Klar, man sieht, das sind Motorrad-Handschuhe, die aber trotzdem nochmal designmäßig verändert wurden. Das wurde richtig gut angepasst. So mit den Helmen, schön mit den Leuchten von unten und so. Top. Auch hier, nicht zu übertrieben. Schön in den mittleren Höhen. So nochmal weit ausgefahren, aus der Brust gesungen. Ganz, ganz klar. So leicht Opern-mäßig, aber noch nicht ganz. Also wieder so der schmale Grat. Er ist einfach absolute Weltklasse. Lass mal nochmal kurz zurück machen. Wie schön, wenn man die Stimme ausfährt. Hier scheint da so eine Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht die eigenen Erinnerungsverzwickungen. Wenn man nur selber so Sachen hat, wo man vielleicht sich gerade was klar wird. Erinnerungen kommen die und die und wie die zusammenhängen. Ist jetzt natürlich eine Theorie. Ist es ein Traum? Ist es ein Traum? Ah ja, okay. Das heißt sozusagen, die Ebene zwischen Traum und Realität. Könnte man jetzt auch so sehen. Ja, oder dass vielleicht das Ganze in so einer Ebene abläuft. Da kann man schon wieder so viel reininterpretieren. Das mache ich immer bei schönen Videos. Da kann man so ein bisschen selber seine Gedanken schweifen lassen. Und gerade wenn es um so eine Entstehungsprozesse geht und wir ja nun auch einen Einblick haben wollen und ein bisschen spekulieren, wie sind die Sachen gemacht, wie kommt sowas zustande, was sind die Intentionen des Künstlers und natürlich auch die ganze Kameratechnik und, und, und. Da kommt so viel einfach zusammen. Das ist halt eben die hohe Kunst in dem Fall dabei, wenn man dann ein Video gerät. Auch hier schön mit der rote Raum extra eingekreift. Oh, der war nice. Ich mag ja auch seinen ernsten Blick, ne? Also so, also ich könnte, ich könnte mir auch echt in so einer richtig ernsten Filmrolle gut vorstellen, so. Also, ne, hat auch so einen richtig krassen Blick, auch der reingeht, so dieses Ahabende. Und so immerhin auch in diese Weite gucken und zapp. Also sehr, sehr gut. Hier auch schön eingefangen, ne? Gut gemacht mit dem Hintergrund. Und den Kollegen, den jungen Mann hier. Wenn ihr wisst, wie der junge Mann heißt, bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde es natürlich auch nochmal recherchieren, ist klar. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass sozusagen noch eine zweite Hauptrolle in dem Dimash-Video auftaucht. So viele produzierte Videos von ihm gibt es oft gar nicht so. Wenn, dann hat er aber natürlich große Bühnenshows, wo dann etlich viele Leute mitarbeiten und so. Es ist einfach immer, immer toll und neu und sensation, was er uns präsentiert. Einfach herrlich. Okay, jetzt wechseln die. Ja, oder er weckt ihn sozusagen auf und so. Du wirst aus dem Traum aufgeweckt? Ja, der war vielleicht im Kryo-Schlaf oder in keiner Hand. Aber coole Szene mit der Handbewegung und wie er so sei mit der Hand. Und in dem Moment wird Dimash halt so wach, so einfach toll einstudiert. Das sieht so aus, als ob die Energie halt durch die Scheibe geht. Einfach, einfach sehr, sehr gut gemacht. Ja, Sounddesign technisch auch richtig geil. Wie jetzt sagen, das Bummern so gegen die Scheibe. Der Chart auch so gut. Dann wird der Sound gefiltert. Ziemlich, ziemlich nice. Pretty nice gemacht und die Erinnerung, die so zurückgespült sind. Ja, mit dem Zurückspült und dann die Bilder. Es flutet einen selbst so und dann zack, der Switch auf die Augen. Einfach mega großartig. Boah, hat er einen Rekord. Das finde ich auch richtig gut. Genau, und nun zusammen kommen sie sozusagen auch zurück. So, auf jeden Fall. Die Szene finde ich auch richtig geil gemacht. Also das hat krass Qualität. Klar ist natürlich mit Computer gearbeitet, aber hey, komm schon. Das kann sich richtig gut sehen lassen. Und auch schön, beide müssen sozusagen aktivieren, um halt zurückzukommen. Deswegen auch das Together. Manchmal bedarf es halt eben Teamwork. Aber die Erde ist hier auf jeden Fall das nächste Ziel. Na ja, ich denke mal nach Hause. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass sie von den Planeten kommen und jetzt mal die Erde auschecken wollen. Ich denke mal eher davon aus, dass sie da auf Mission waren, die Pflanze gefunden haben. Und jetzt geht es zurück. Und irgendwie ist vielleicht ein bisschen was passiert. Sie haben sich gegenseitig geholfen, gerettet und können jetzt zusammen wieder halt zurück. Auch als die Freunde, als das Team, was sie sind, die da hochgeflogen sind. Also, ein cooles Ding einfach. Und Abflug. Nice. Pretty nice. Ja, schön, schön. Auch ein schönes, schönes Bild so. Ja, toll, tolles Bild, was das Video gezeichnet hat. Ein schöner Song. Er hat sogar seine Stimme nochmal ausgefahren. Ja. Schöne Sache. Ich hatte drauf gehofft. Schön in den Mitten sozusagen. Wenn du viel Zeit... Ja, das war's von uns. Hittet die Glocke. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ne? Wenn es heißt, Klangbild Reaction. Und was wir sonst alles so rausholen. Und entdecken, dank euch, oder auch wenn wir selber recherchieren. Ansonsten neues Format auschecken. Ne? Klangbild Production. Da werden wir Beats bauen und euch ein bisschen mitnehmen. Auf jeden Fall, wenn ihr Beats braucht, das bringt mich dazu, wendet euch ein Sweeneyman. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr epische Melodien braucht oder vielleicht auch Unterricht. Solange ich noch was frei habe, könnt ihr mich immer trotzdem auch anschreiben. Manchmal dauert es was, was wieder frei wird. Der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche 7 Tage. Wisst ihr das selber ganz genau. Ihr habt auch gut zu tun. Vielen, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Bleibt dabei. Und ihr kennt ja den End-Slogan. Einschalten, liken, weiter verteilen. Das war's von uns. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out.